So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings zu einem neuen Liebestarot, Liebesorakel. Wir schauen heute mal die Frage überhaupt an, wenn es darum geht, was ist denn hier gerade in der Liebe los? Das ist eine ganz wichtige Frage, die da lautet, kommt er noch einmal zurück bzw. wird das jetzt eine Partnerschaft? Das ist eigentlich die Frage, die immer auch in den persönlichen Readings ganz oben steht bei den Anfragen. Kommt er noch einmal wieder? Wird das noch einmal was? Das schauen wir uns jetzt heute in der Kollektivenergie an. Ja, vorher noch einmal danke, liebe Bianca, du hast mir hier eine ganz tolle Tasse gekauft. Ich bin zwar aus Bayern, aber ich werde trotzdem meinen Kaffee draus trinken. Glück auf an der Stelle, also vielen lieben Dank. Und was da so schönes drin ist, das schaue ich mir natürlich später an. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe mich wie immer sehr darüber gefreut. Ich mag Geschenke und bin dann schon gespannt, was in diesem Päckchen da drin ist. So, also wir wollen mal anfangen. Wir schauen mal, was wir denn da für Energien haben rund um diese, ich sage einfach mal, die berühmteste Frage überhaupt. Wenn du viele Fragezeichen im Kopf hast, wenn du Sehnsucht hast, Liebeskummer hast, wenn du ratlos bist, wenn du schon ja nicht mehr wirklich weißt, was soll ich denn jetzt tun oder kann ich überhaupt noch was tun oder lohnt es sich überhaupt noch was zu tun. Dieses Gefühl ist schlimm. Und von daher bin ich da immer auch ein bisschen allergisch, wenn dann irgendjemand sagt, naja, du musst es loslassen, du musst es loslassen. Wie denn? Na, dieses Loslassen, das macht man nicht einfach mal so und sagen, ach so, ja gut, dass du mir das jetzt sagst, dass ich es loslassen muss. Mensch, wieso bin ich denn da nicht eher drauf gekommen? Mach ich. Geht eben nicht. Da ist jemand in deinem Herzen oder du hast dein Herz an jemanden verschenkt und bist halt einfach voller Hoffnung, dass da etwas passiert, dass etwas vorwärts geht. Und ja, da kommen eben Leute wie ich ins Spiel, die da Unterstützung geben, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und dann schauen wir uns das jetzt natürlich auch in der Kollektivenergie mal an. Was kann man da sehen? Ich hoffe, du gehst in Resonanz. Wie immer gilt, wenn nicht und dir geht es wirklich nicht gut oder du brauchst mal Auskünfte, Impulse, Hinweise für dich rund um dein ganz persönliches Thema. Zögere nicht, mich anzuschreiben. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Ich freue mich, wenn ich dir helfen darf. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox. Und von daher, ja, schauen wir mal. Übrigens hatte ich letztens einen lustigen Kommentar gelesen, irgendwas mit Hobbypsychologe oder so. Also ich weiß nicht, ob ich Hobbypsychologe bin. Ich habe immerhin die Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie gemacht. Weiß nicht, ob man das dann mit einem Hobbypsychologen vergleichen kann. Aber das, was ich da gelernt habe oder fast alles, was ich da gelernt habe, findet hier nicht statt, weil hier geht es ja um ganz andere Themen. Hier geht es ja auch ums Einfühlsamsein. Hier geht es ums Verstehen. Hier geht es um Hilfestellung geben. Hier geht es um Energien anschauen. Und wenn ich ab und zu mal einen psychologischen Begriff in den Raum werfe, ja, dann will ich jetzt hier sicherlich nicht als Hobbypsychologe dastehen. Aber nur mal so viel dazu. Gut, wir wollen schauen, was gibt es da der Energie. Wir machen natürlich wieder die tolle neue Legetechnik, die ich da mir ausgedacht habe oder auch nicht. Vielleicht gibt es die ja schon. Ich schaue eigentlich gar nicht andere kartenlegekanäle. Das habe ich mir schon lange abgewöhnt, weil ich dann immer so ein bisschen dazu verleitet bin, mich hier in meinen Videos dazu zu äußern, wo ich mir gedacht habe, das kannst du dir eigentlich sparen. Du hast selbst ein Gehirn, kannst selbst abschätzen, abwägen, wer ist denn da hui, wer ist denn da pfui. So, wir haben hier erstmal eine Hauptthemenkarte für euch. Was ist da gerade los in Bezug auf diese berühmte Frage? Natürlich kommt er noch einmal zurück. Sprich, er ist vielleicht gerade gar nicht da. Er ist nicht wirklich greifbar für dich. Kommst vielleicht auch nicht an ihn ran. Möchtest, ja, oftmals auch einfach nochmal ein Gespräch. Dass man vielleicht die Dinge nochmal anschaut. Was ist da geschehen zwischen euch beiden? Was ist passiert? Dass er sich vielleicht auch irgendwo einfach zurückgezogen hat. Dass er dir nicht wirklich erklärt hat, was das Thema ist, warum er jetzt in den Rückzug geht. Das ist ganz oft der Fall, dass sich das Herzblatt eben einfach sang- und klanglos und wenn überhaupt mit einer sehr, sehr merkwürdigen Erklärung zurückzieht. Also das ist einfach auch respektlos. So etwas macht man nicht. Also von daher habe ich da auch überhaupt null Verständnis. Weil jeder Mensch hat ein Gespräch verdient. Vor jedem Menschen sollte man so viel Respekt haben. Gerade wenn man vielleicht ein schönes Kennenlernen hatte oder eine schöne Zeit, dass man sagt, okay, du hast das Gespräch verdient, indem ich dir erkläre, warum ich mich zurückziehe. Das ist das Mindeste, was man eigentlich von jemandem erwarten kann. Aber ja, oftmals ist das scheinbar auch schon zu viel verlangt. Naja, wir schauen mal. Also, die haben jetzt hier die Klärungskarten ausgelegt. Und was fehlt ihnen jetzt noch? Die Kamera ist auch krumm. Jetzt ist es gerade. Jetzt ist es wieder krumm. Was fehlt noch? Ja, die Dekoration. Einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Ich bin natürlich wieder irgendwo im Weg. Die Tragik meines Lebens. So, dann machen wir das jetzt so. Und wir fangen an. Wir wollen reinschauen. Wir wollen spüren. Wir wollen fühlen. Was sind da für Energien? Zu dem Thema kommt der denn nochmal wieder? Oder ist das jetzt komplett durch das Thema? Dass du auch weißt, na gut, dann geht mein Weg eben nach vorne weiter. Ich darf die schönen Momente meines Lebens empfangen und genießen. Oder halten wir jetzt da erstmal noch dran fest? Okay. So, da haben wir jetzt acht Stäbe. Da geht es irgendwie schon ein bisschen ums Wurzelschlagen. Da geht es um eine neue Energie. Vielleicht war ja da bei euch auch so ein bisschen oder für ihn die Luft raus. So, und was heißt die Luft raus? Ich habe es, glaube ich, gestern erst erwähnt. Und wenn der Mann das Gefühl hat, dass er dich eh immer haben kann, wenn er will. So ungefähr, die will ja eh was von mir. Die kann ich sowieso immer haben. Dann ist für den Mann da auch irgendwo die Luft raus. Das ist leider so. Oder ganz oft so. Aber hier bei dieser Karte, da geht es schon darum, dass etwas sprießt. Dass etwas nochmal neu gedeihen kann. Hier geht es um neue Energie. Vielleicht in Bezug auf euch beide. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine schöne Karte bekommen, wo ich dir sagen kann, da geht es irgendwie drum, nochmal anders was zu versuchen, nochmal anders anzufangen vielleicht. Wenn bei euch so ein bisschen die Luft raus war oder wenn für ihn die Luft raus war in Bezug auf dich, kann es natürlich gut sein, dass er jetzt gerade in diesem Moment denkt, ah okay, also so schlecht war es ja jetzt alles auch nicht. Vielleicht könnte er ja mal anders an die Sache rangehen. So, dann schauen wir mal. Wir wollen gucken, was geht denn in seinem Kopf vor zu dem Thema, was das jetzt oder kommt er noch einmal zurück. So, ah ja, Königin der Schwerter. Da haben wir jetzt die Ruten und die Liebe. Aha, das ist eine interessante Sache. Interessant, interessant. Die Königin der Schwerter, da geht es um eine scharfsinnige, kluge Frau. Das steht für Weisheit, für Strategie. Also wenn ich mir das so anschaue, wenn ich mal bei ihm reinfühlen darf in die Gedankenebene, dann nimmt er dich schon als eine Frau wahr, die schon weiß, was sie will. Königin der Schwerter, das ist immer eine Frau, die hat was im Kopf, die weiß, was sie will. Aber auf der anderen Seite entnehme ich in seinen Gedanken schon so ein bisschen einen inneren Konflikt oder Zweifel in Bezug auf die Liebe. Also da könnte man jetzt fast schon wieder denken, wenn ich sage, kommt er noch einmal zurück. Momentan in seinem Kopf schon so ein bisschen die Zweifel drin in Sachen Liebe, weil du glaube ich jemand bist, der auf jeden Fall mal weiß, was er will. Du stehst im Leben, du machst deine Sachen, du bist überlebensfähig ohne Mann, du weißt, was zu tun ist in bestimmten Situationen. Königin der Schwerter, das ist einfach eine Frau, die weiß immer, was los ist, die weiß immer, was da zu tun ist. Die hat immer einen Plan und die hat auch immer eine Strategie. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass er denkt, du bist ihm über den Kopf gewachsen oder er kann dir nicht auf Augenhöhe begegnen. Aber das Thema, dass du eine taffe Frau bist, dass du eigentlich schon weißt, was du willst und klug bist, bringt ihn so ein bisschen ins Zweifel. Vielleicht ist er das ja auch gar nicht gewohnt. Vielleicht hat er bis jetzt auch immer so ein paar Dummchen an seiner Seite, aber mit dir ist das wohl anders. Da weiß er oder da sind die Gedanken schon da, okay, das ist eine Frau, die weiß auf jeden Fall schon mal, was sie will. Die steht komplett selber im Leben. Denn da muss ich jetzt erstmal ganz viel nachdenken, was der Mann ja gerne tut. Und jetzt muss ich mir ganz schnell ganz viele Zweifel machen, ob das eine große Liebe werden kann. Wie stehe ich denn dann da? Wie bin ich denn? Oder was für eine Rolle habe ich denn da in dieser Partnerschaft, wenn du schon eigentlich alles mitbringst, was man so braucht? Also das ist eine interessante Gedankenebene, was man da bei ihm haben. Und ja, bei dir, das sind die Neuen der Kelche. So, also bei den Neuen Kelchen, da geht es einfach darum, dass du dir vielleicht schon so ein bisschen sicher bist, und das passt auch zur Königin der Schwerter, dass er der Richtige für dich wäre. Ja, dass sich einer sicher, da weiß einer, was er hat, da weiß einer, was er mitbringt. Also du darfst auch selbstbewusst sein und behalte dir das auch bitte unbedingt bei. Und ich sehe jetzt auch schon langsam in der Gedankenebene irgendwo den Knoten drin bei euch beiden, dass du auf jeden Fall ein selbstsicherer Mensch bist, dass du normalerweise sonst auch im Leben deine Sachen machst und weißt, wo es lang geht. Das merkt er schon, ja, aber es gibt tatsächlich Männer, die denken sich, okay, das ist eine Frau, die weiß Bescheid, die macht ihre Sachen selber, die kennt sich aus, die trifft auch ihre eigenen Entscheidungen. Welche Rolle nehme ich denn dann in der Partnerschaft ein? Also das gibt es tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon komplexe nennen kann, aber es geht natürlich bei dir im Kopf mit dem Mond um Gedanken, das ist die Karte der Gedanken, und der Schmetterling, das ist einfach die Leichtigkeit, das ist das Loslassen, das ist das Empfangen. Ich sehe also schon, dass in deinen Gedanken ein großes, großes Thema ist, wann kann ich denn oder wie kann ich denn jetzt hier einfach mal in einen schönen Zustand mit diesem Menschen wiederkommen, dass das nochmal vorwärts geht, dass das nochmal läuft, dass wir beide nochmal wieder zusammenkommen. Ich denke mal, wenn ich hier so reinschaue, ist er gerade damit beschäftigt zu verstehen, wo ist mein Platz in dieser Beziehung und mit diesen acht der Stäben da oben, glaube ich, kommt ihm auch so langsam die Idee oder der Impuls, dass das ja eigentlich ein schönes Zusammensein sein kann, denn du weißt, was du willst, du triffst deine Entscheidungen, er vielleicht auch, man kann sich da ergänzen, man kann gemeinsam vorwärts kommen. Also ich denke mal, eine Liebe auf Augenhöhe ist hier auf jeden Fall schon mal in Sicht, sofern er mal versteht, dass das vollkommen in Ordnung ist. Also wir haben hier ein Thema, das klingt komisch, aber ich kann dir aus jahrelanger Erfahrung sagen, das ist keine Seltenheit, das ist keine Seltenheit, dass sich der Partner zurückzieht oder Abstand nimmt, wenn er merkt, okay, die Frau, die ist ja vollkommen alleine überlebensfähig, die kann in ihrem Leben alles selber machen, trifft gute Entscheidungen, ist bei sich, die weiß, was sie will. Da ist ein Mann meistens so ein bisschen, huh, ne, yo, was mache ich jetzt, wo ist denn mein Platz in der Partnerschaft? Ich bin nicht der Herr im Haus, der sich um alles kümmert, sondern das sind dann zwei, die sind dann gemeinsam damit beschäftigt, dass alles vorwärts geht und es geht natürlich auch dann besser vorwärts, aber das muss er scheinbar erst mal verstehen. Okay, wir schauen natürlich auch in die Herzebene, was fühlt er gerade? Wir wollen ja wissen, kommt der noch einmal zurück? So, da haben wir nämlich auch schon das Thema mit dem Ass der Stäbe. Okay, Ass der Stäbe, das ist auch so eine Karte für Risikofreude, ja. Sein Herz sagt hier an der Stelle also schon, hör doch mal endlich auf, dass Dinge an dir nagen, wo es gar nichts zu nagen gibt, ja. Die Mäuse, Schwund, Verlust, Zerfall, Kummer, Sorge, etwas nagt an ihm. Und da zeigt dir auch schon die Sense drauf, die Sense beendet immer etwas. Mit dem Ass der Stäbe geht es auf jeden Fall darum zu sagen, okay, komm, riskier doch mal was, riskier doch mal eine Partnerschaft, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo jeder mitten im Leben steht, wo man sich selber gegenseitig vorwärts bringt. Also kann ich dir schon sagen, in der Herzebene geht es darum, dein Herz sagt einfach, okay, komm, jetzt probier doch das auch mal aus. Und deswegen, diese Karte da oben ist sehr, sehr präsent die ganze Zeit, die 8 der Stäbe. Das ist die neue Energie. Ein Umdenken ist da, raus vom, oh, wo habe ich denn dann meinen Platz in der Partnerschaft, komme ich damit klar, hin zu, okay, wir sind beide ein starkes Team. Also das ist eine tolle Energie. Und bei dir im Herzen, da schauen wir auch jetzt mal rein, ja, da haben wir also die berühmten 2 der Stäbe. Ja, da geht es eben um Entscheidungen. Du siehst ja, wie der da steht mit seiner Weltkugel, da geht einer nochmal in die Ruhe, dann denkt man nochmal nach, hier, Königin der Schwerter, da geht es um Entscheidungen. Also dein Herz sagt, okay, komm, lasst oder entscheidet euch doch jetzt endlich mal beide dafür, dass sich die Welt weiterdreht, dass hier Vollkommenheit herrscht, dass ein, ja, noch ein Zyklus nochmal beginnen kann mit euch, raus aus der Zwischenwelt. Weil in deinem Herzen bist du natürlich gerade in der Zwischenwelt. Du sagst, ja, der ist nicht da, ich weiß nicht so genau, warum er jetzt momentan eigentlich nicht da ist. Da passt doch irgendwie alles, ja. Ja, also wieso kann ich mich nicht richtig öffnen, wieso habe ich Herzschmerz, ja. Und du wartest quasi in deinem Herzen halt auch irgendwo auf die Entscheidung von ihm, dass er sagt, okay, lass es uns riskieren. Themen, die ihr vielleicht hattet oder Unstimmigkeiten, Missverständnisse, vielleicht auch eine Diskussion oder weiß ich nicht was. Lassen wir das mal beiseite. Wir fangen mal bei Null an. Gehen nochmal einen Weg zusammen und ich verstehe, dass wir beide ein starkes Team sind und dass hier niemand irgendwie Herr im Haus sein muss, sondern das kann wundervoll werden da mit euch. So, interessant. Wir schauen jetzt aber mal in die Tendenzen rein. Tendenzen, Hinweise, Impulse für die nächste Zeit. Was gibt es da so Schönes zu sehen? Es geht tatsächlich um seinen Herzschmerz, den er da so hat, ja. Und da geht es auch um Kraft, um Stärke. Also diese drei der Schwerter, das ist die Karte des Liebeskummers im Tarot und da geht es einfach darum, dass der auch irgendwo kopfgemacht ist. Diese ganzen Zweifel in Bezug auf Liebe. Bin ich gut genug für dich? Macht mir eigentlich Kummer im Herzen. Und in der nächsten Zeit dreht er sich ja dann irgendwo auch jetzt von diesem Liebeskummer weg und schaut auf den Bären. Nein, er wird jetzt keinen Zoobesuch machen. Der Bär ist die Kraft. Der Bär ist die Stärke. Der Bär ist das Selbstvertrauen. Er soll sich mal selbst vertrauen, dass er auch mit einer starken Frau wie dir an der Seite eine tolle Beziehung haben kann. Ich habe absolut das Gefühl, dass du ein Mensch bist, der weiß, was er will und dass du dir auch fast immer im Leben holst, was du willst. Du hast die Durchsetzungskraft, du hast den Elan, du hast die Stärke, dich durchzusetzen, wenn du etwas möchtest. Da muss er, glaube ich, wenn ich mir das alles so anschaue, erst mal drauf klarkommen. Und wir schauen bei dir in die nächste Zeit hinein. Was gibt es denn da so? Ja, da ist er ja gefallen, der Hierophant. Also gut, du schaust jetzt aufs Labyrinth. Aber der Hierophant, da geht es eigentlich um Erkenntnisse. Da geht es darum, um eine höhere Stufe in einer Beziehung, jetzt auch in dieser Beziehung. Also in der nächsten Zeit, glaube ich, in Bezug auf deine Ziellosigkeit, die du wahrscheinlich gar nicht leiden kannst, wenn ich dich jetzt richtig einschätze, für dich gibt es nichts Schlimmeres wie irgendwo nicht zu wissen, wo es lang geht. Glaube ich, geht es da vorwärts in eine höhere Stufe der Beziehung. Hierophant, tolle Karte. Er dreht sich jetzt hier von seinem Liebeskummer weg. Das heißt, er wird verstehen, hey, mein Liebeskummer und mein Herzschmerz, den habe ich mir ja eigentlich selber gemacht. Wie dämlich bin ich denn eigentlich, ja? Mit Zweifeln an der Liebe. Wenn ich hier jemanden habe, der mir auf Augenhöhe begegnet. Mein Herz sagt ja schon, riskier mal was. Hör endlich auf, dass Dinge an dir nagen, die es gar nicht gibt, ja? Wende dich mal ab von diesem Herzschmerz und komm in deine Kraft, komm in deine Stärke, komm in dein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil bei dir liegt ja auch die höhere Stufe in der Beziehung und du kommst dann auch endlich mal weg von diesem Labyrinth. Weil ich glaube, das ist eine Karte, wo du sagst, nee, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ja, kann ich auch verstehen. So, wir wollen zum Abschluss dieses Readings dankbar sein. Ich bin dankbar natürlich, dass du da warst, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich bin dankbar für euch alle, für diese schöne Angel Readings Community. Jeden Tag aufs Neue freue ich mich nach der Arbeit, mit euch gemeinsam ein Reading zu machen. Angel Readings bin nicht ich Angel Readings, das sind wir alle gemeinsam. Das ist jeder Einzelne, der dabei ist, auch meine Kanalmitglieder, die dabei sind. Die lieben Geschenke, die ich bekomme, die lieben Zuschauer, die fast ausschließlich lieben Kommentare. Also Angel Readings, das sind wir alle gemeinsam. Von daher freue ich mich jeden Tag, wenn ich von der Arbeit komme, meinen Computer einschalte, mich an meinen Legetisch setze und wir gemeinsam, ja, Energien anschauen, Liebes-Tarot machen, Liebes-Orakel, Tagesenergie gibt es ja hier auch jeden Tag eine. Und von daher meinen allerherzlichsten Dank an jede und jeden, der da ist und ja, hab euch alle lieb, seid auch lieb zueinander, bleibt gesund und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Ciao!